Tag 707. Heute gibt es wieder eine Menge Nachrichten aus dem Süden. Vor einigen Stunden haben die ukrainischen Streitkräfte einen konzentrierten Raketenangriff auf die Krim durchgeführt. Das russische Verteidigungsministerium erklärte, die ukrainische Luftwaffe habe 20 Raketen in Richtung Sevastopol abgeschossen und behauptete, alle seien abgefangen worden. Anwohner berichteten jedoch, sie hätten sechs Explosionen im nördlichen Teil von Sevastopol gehört. Nach dem Filmmaterial zu urteilen, war das Ziel des Raketenangriffs der russische Luftwaffenschutzpunkt. Einige Quellen behaupteten, dass neben dem Flugplatz selbst mindestens eine Rakete das unterirdische Hauptquartier getroffen habe, ähnlich wie in Mariupol im vergangenen Jahr. Der heutige Raketenangriff sollte keine Überraschung sein, da die Ukrainer bereits gestern einen erfolgreichen Drohnenangriff durchgeführt haben. Dieser erste Drohnenangriff konzentrierte sich auf den westlichen Teil der Krim. Und nach russischen Angaben wurden elf Drohnen in der Nähe von Rostolne, Tachankut und Sevastopol entdeckt. Die meisten Drohnen waren in der Nähe von Rostolne im Einsatz. Also genau dort, wo es den Ukrainen gelang, eine Radarstation der russischen Flugabwehr zu zerstören. Die Zerstörung des Radars schwächte die Luftverteidigung in dieser Region und öffnete ein Fenster für den heutigen Raketenangriff. Diese jüngsten Entwicklungen sind eine direkte Fortsetzung der viel umfassenderen ukrainischen Angriffskampagne auf der Krim, die in den letzten Wochen ihren Höhepunkt erreicht hat. Wenn man all diese Angriffe miteinander verbindet, werden das unglaubliche Ausmaß und die weitreichenden Folgen der Operation deutlich. Denn die Ukrainer zielen nicht nur darauf ab, jegliche Ausrüstung zu zerstören, sondern vielmehr systematische Schwächen des russischen Militärs auszunutzen und zu verschärfen. Die erste Phase der Operation fand in der ersten Januar-Hälfte statt, als die Ukrainer ihr Feuer auf die Überreste der russischen Schwarzmeerflotte in Sevastopol richteten. Wie ihr euch erinnert, hatten die Russen bereits einen großen Teil davon nach Noworzysk verlegt, was eine neue Phase der ukrainischen Operationen einleitete. Zunächst wollten die Ukrainer ihre neuen Ziele nicht offenlegen und gestalteten die Angriffe so, dass es aussah, als würden sie die russische Flotte weiterhin verfolgen. An den Angriffen waren zahlreiche See- und Luftdrohnen beteiligt. Die Ukrainer setzten sogar die neuesten Marinedrohnen ein, die mit Raketen ausgestattet waren und russische Schiffe aus der Fahne beschädigen konnten. Interessanterweise haben ukrainische Partisanen der Ates-Gruppe enthüllt, dass eines der kleineren Schiffe wohl dabei in einer Bucht gesunken ist. Dieser Teil diente jedoch vor allem als große Ablenkung und zwang die Russen dazu, sich auf den Schutz der Schiffe zu konzentrieren. Die Ukrainer verstärkten diesen Druck durch den Abschuss von Antischiffsraketen aus Odessa. Dabei stellten die Ukrainer fest, dass es einigen Drohnen gelang, sehr nahe an Saki heranzukommen, ohne abgeschossen zu werden, was auf eine Schwachstelle im russischen Luftraum hindeutete. Die Ukrainer starteten daraufhin sofort einen umfassenden Raketenangriff mit Stormshadow- und Skalp-Raketen, unterstützt durch Drohnen, Antiradar- und Täuschraketen. Den Satellitenaufnahmen zufolge gelang es den Ukrainern, einen russischen Kommandoposten in der Nähe von Sevastopol, Munitionslager in der Nähe von Parvomaiske und vor allem ein Flugabwehrradar und eine Kommunikationsanlage in Yevbatoria zu zerstören, das für die Koordinierung der russischen Flugabwehroperationen zuständig war. Russische Analysten kamen zu dem Schluss, dass das eigentliche Ziel von Anfang an darin bestand, den russischen Luftverteidigungsschirm zu schwächen. Und das ist wahr, denn durch die Zerstörung der Radar- und Kommunikationsanlage entstand ein massives Loch im russischen Luftraum, das die Ukrainer sofort ausnutzen konnten. Innerhalb weniger Wochen erreichten die ukrainischen Angriffe nicht nur den Osten der Krim, sondern auch Tuapsee, Krasnodar und Rostov. Um das Loch zu stopfen, starteten die Russen den Dauereinsatz von A-50 Langstrecken-Radaraufklärungsflugzeugen. Außerdem ordneten die russischen Befehlshaber an, näher an das Nordufer des Asowschen Meers heranzufliegen, um auch mögliche Angriffe von Norden her abzudecken. Die Ukrainer bemerkten, dass die Flugzeuge in der Regel Badiansk erreichten und verlegten ein Patriot-System, um die Jagd auf diese wertvollen Ziele zu eröffnen. Wie ihr wisst, war die Jagd erfolgreich. Und abgesehen von der Zerstörung einer der äußerst seltenen A-50, von der die Russen weniger als zehn Stück besitzen, beschädigten die Ukrainer auch ein Flugzeug vom Typ EL-22 schwer. Dadurch entstand vorübergehend ein noch größeres Loch im Himmel über dem russisch besetzten Gebiet und die Ukrainer starteten weitere Raketen- und Drohnenangriffe. Die Ziele waren dabei eine Chemiefabrik in Rostov, eine große Ölraffinerie in Tuapce und eine Fabrik für Schnellboote in der Nähe derselben Stadt. Auf der Krim konzentrierten sich die Ukrainer auf Sevastopol, Tarkankut und Henichesk. Die gestrige Zerstörung einer weiteren Radarstation und der heutige Angriff auf den Flugplatz sind also eine Fortsetzung dieser intensiven, wochenlangen Kampagne. Der Zustand der Luftverteidigung und der Druck durch die Angriffe auf der Krim ist sogar so schlimm, dass der russische Außenminister behauptete, die Ukrainer würden die Krim unhaltbar machen. Dies deckt sich mit den Äußerungen führender ukrainischer Militärs und Politiker. So kündigte beispielsweise der ukrainische Präsident Wladimir Selenskyj an, dass die Krim im Jahr 2024 zum Zentrum der heftigsten Kämpfe werden wird. Der Leiter des ukrainischen Geheimdienstes erklärte ebenfalls, dass die ukrainischen Streitkräfte die Russen weiterhin durch Operationen unter Druck setzen werden, die auf die russische Logistik auf der Krim und darüber hinaus abzielen. Die ständigen Angriffskampagnen im Süden destabilisieren die Lage und hindern die Russen daran, eine solide Logistik aufzubauen. Und es sieht so aus, als würde die Kampagne nicht abbrechen, da der französische Präsident Emmanuel Macron erklärte, dass Frankreich 40 Skype-Raketen schicken wird, während das Pentagon erklärte, dass die Ukrainer bereits morgen über GLS-DB-Raketen mit einer Reichweite von 150 Kilometern verfügen werden. Wie viele von euch bemerkt haben, war hier einen Monat lang Sendepause. Ursprünglich wollten wir eine kurze Neujahrspause einlegen, hauptsächlich um den Akku wieder aufzuladen, aber dann wurde der Kopf hinter Reporting from Ukraine krank. Leider hat die Arbeit von 10 bis 15 Stunden pro Tag seit Tag 1 der Invasion zusammen mit einem chaotischen Zeitplan und keinem einzigen freien Tag über zwei Jahre hinweg seiner Gesundheit keinen Gefallen getan. Nachdem es lange gut ging, war er in den letzten sechs Monaten dreimal krank. Deshalb werden wir dieses Jahr das Tempo etwas drosseln und fünf Videos pro Woche drehen. Montags, mittwochs, freitags und sonntags, sowie eine wöchentliche strategische Zusammenfassung, die exklusiv für Kanalmitglieder bzw. Patreon-Supporter verfügbar sein wird. Das alles erscheint dann ca. 12 Stunden versetzt, gegen 20 Uhr hier auf Deutsch. Diesen Monat war Patreon im Grunde genommen die einzige Einnahmequelle und damit die Rettung für den Kanal. Wir danken euch für eure kontinuierliche Unterstützung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis Samstag.